Musik Bereits seit 8 Jahren führt Steffen H. Laschka, 47, durch das RTL-Magazin Stern TV Er löste im Jahr 2011 Günther Lauch, 62, als Moderator ab und ist aus der Sendung mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Doch nicht ihr begrüßt der vergangenen Mittwoch wie gewohnt Gäste und Zuschauer zur Sendung, sondern Nasan Ekes, 42. Bereits in der Woche zuvor sprang sie für ihren Kollegen ein. Jetzt ist auch der Grund für die Vertretung bekannt, Steffens Frau erwartet ihr zweites Kind. Gleich zu Beginn der Sendung verriet Nasan, heute darf ich meinen Kollegen Steffen H. Laschka vertreten. Aus einem sehr, sehr schönen Grund. Er wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes. Auch der Sender selbst verkündete auf seinem Twitter-Kanal die freudige Nachricht über den erwarteten Nachwuchs. Mit seiner Frau Anne-Kathrin hat der 47-Jährige bereits eine Tochter, bald ist die Familie also zu viert. Nasan, die in diesem Jahr bei der Tanzshow Listens als Kandidatin zu sehen sein wird, führte bereits am Valentinstag 2018 durch das Magazin. Damals konnte Steffen wegen einer fiesen Erkältung nicht moderieren. Bis zum nächsten Mal.